Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir Sie herzlich einladen zur siebten Videomarketing-Konferenz am 29.10.2013, diesmal in Frankfurt. Nehmen Sie Teil am Megatrend-Video im Internet. Holen Sie sich die Informationen, die Ihr Unternehmen nach vorne bringen. Erfahren Sie, wie man bei Google-Suchen mit Videos auf die erste Seite kommt, Reichweiten erzeugt, neue Kunden gewinnt und den Umsatz steigert. Dieses Videoprojekt ist für uns ein sehr großer Erfolg. Wir sind bekannt geworden auf dem Markt. Wir haben unseren Umsatz hier jetzt im ersten Quartal 2013 deutlich gesteigert. Auf der siebten Videomarketing-Konferenz berichten Referenten aus führenden Unternehmen, wie sie Videos erfolgreich im Internet einsetzen. Praxisbeispiele von kleinen bis mittleren Budgets werden vorgestellt und diskutiert. Professor Sven Pagel von der Fachhochschule Mainz stellt erste Ergebnisse aus einer neuen Studie vor. Dr. Sebastian Viereck von YouTube gibt wichtige Tipps. Menschen teilen keine Anzeigen, Menschen teilen Inhalte. Und das sehen wir natürlich gerade bei den Spots, die produziert werden und die einen großen Anklang in der Community finden. Unsere Referenten berichten neutral, vermitteln handfestes und anwendbares Praxiswissen. Kommen Sie am 29.10.2013 auf die siebte Videomarketing-Konferenz in Frankfurt am Main. Melden Sie sich noch heute an!